Also wir drei haben ein Experiment vorbereitet für Wasserzeugkraft. Ja und jetzt sieht man, dass das Wasser mit der Kraft den Stein bucht. Ich habe ein Wasserkraftwerk gebaut, für Wasserzeugenergie und ich pumke das jetzt hier hoch und wenn ich es dann wieder runter drücke, dann begeht sich das hier. Wir haben hier ein Wasserrad gebaut und damit zeigen wir das Experiment, Wasser erzeugt Energie und Stärke. Wir testen jetzt, wie heißes und kaltes Wasser auf unsere Haut wirkt. Dazu haben die Kinder ihre Hände einmal in heißes Wasser und in kaltes Wasser gesteckt. Nach einer Weile werden wir dann die Hände in lauwarmes Wasser stecken und unsere Erfahrung beschreiben. Das Wasser scheint heiß zu sein. Nein, nein, nein. Heiß? Nein, das Wasser ist nicht heiß. Haltet ihr noch ein bisschen durch? Ja, ein bisschen. Okay. Gebt mir bitte ein Signal, die müssen drin sein. Wenn die nicht drin sind, ist es schlecht. Die Hände müssen drin sein. Mach du. Ich kenne schon das Ergebnis. Okay, wollen wir? Und rein ins Lauwärme. Und jetzt nichts verraten. Nichts verraten. Nichts verraten. Ich kenne das nicht. Das ist geil. Das ist richtig cool. Ich kenne das nicht. Und...